ja hallo und herzlich willkommen hier im nerd zeitalter wir sind ein relativ junger kanal ich explizit wir weil zusammen mit zwei anderen kollegen haben wir vor etwa jetzt knapp zwei wochen auf twitch im kanal gestartet und dieses video hier ist im grunde genommen der start unseres youtube kanals den wir dann zukünftig auch mit weiterm content befüttern wollen und insofern sind wir einfach mal sehr gespannt darauf wohin die reise geht und freuen uns natürlich wenn ihr uns dabei begleiten möchtet wir schon im hintergrund seht wir spielen heute space engineers ein aufbau klötzchen bauspiel ich sag mal stil von minecraft in anführungszeichen allerdings mit ein paar kleinen unterschieden erstens die welt besteht nicht aus blöcken sondern aus voxeln also sprich ist eine dreidimensionale landschaft ohne treppchen allerdings das was ihr im spiel bauen können das besteht aus blöcken und zwar in einem weiteren unterschied zu minecraft können diese blöcke sich auch bewegen also sprich ihr könnt nicht nur basen und häuser bauen sondern ihr seht vielleicht auch gerade im hintergrund raumschiffe und andere dinge die sich bewegen was da alles so geht will ich euch jetzt hier ein bisschen zeigen die serie soll erst mal so ein bisschen wie ich sag mal wie eine art tutorial anfangen wird dann aber später dann halt eben zu einer ganz normalen let's play serie werden zumindest ist der plan für die ganze aktion hier und insofern ja was gibt es zu dem spiel sonst noch zu sagen es ist 2013 in early access gegangen entwickelt wurde es oder wird es immer noch von einem tschechischen entwicklerstudio namens keen software house und bekommt immer wieder große updates gerade gestern kam ein neues raus in dem die waffenvielfalt erweitert wurde was auch mal ehrlich gesagt dringend notwendig war aber gut ich schweife ein bisschen ab ich würde sagen wir starten jetzt einfach mal ein neues spiel da nehme ich euch jetzt auch erst mal direkt mit damit ihr seht was man hier alles so tun können wir haben hier verschiedene szenarien die man spielen kann die so ein bisschen als einführung in das spiel dienen sollen dann gab es noch mal im zuge von ein paar updates und dlc noch ein paar weitere szenarien die dazu gekommen sind die neue funktionen neue blöcke und sowas zeigen wollten sollen es gibt auch die möglichkeit szenarien aus dem workshop hoch zu runter zu laden und zu spielen eins davon ist dieses escape von mars was wir hier sehen auch ein sehr sehr schönes interessantes szenario dass ich an der stelle sehr empfehlen kann aber heute starten wir tatsächlich unser eigen unser eigenes szenario ein custom game auch hier gibt es verschiedene möglichkeiten wie wir starten kann wie man starten kann das verändert im grunde genommen so ein bisschen wo man beginnt und was sind schon in der welt vorhanden ist wir wählen aber den das star system aus warum star system ganz einfach im star system sind alle planeten die im vanilla game enthalten sind am start das heißt wir können und irgendwo anfangen und von a nach b nach c reisen wie auch immer wir wollen naja vorausgesetzt wir sind entsprechend ausgerüstet aber dazu kommen wir jetzt ich stelle spiel mal auf friends ich werde wahrscheinlich den großen teil dieser serie alleine spielen aber ich möchte es trotzdem schon mal so einstellen weil es kann durchaus sein dass der ben und das wenn also die anderen beiden kollegen vom nahzeitalter vielleicht in einer der zukünftigen folgen hier mit reinschauen ihr seht schon es gibt einen großen buttons mods das heißt ist man kann mods installieren zwei würde ich tatsächlich hinzufügen ansonsten möchte ich das spiel möchte ich spiel im moment erst mal ein wenig ja ich sag mal vanilla halten wir werden im späteren verlauf dann aber sicherlich noch weitere motzen zufügen die unsere welt ein bisschen beleben und die ein oder anderen gefahren hinzufügen oder vielleicht auch ganz neue funktionen das da bin ich im moment noch will ich mich jetzt im moment noch nicht zu sehr festlegen und will euch da vielleicht auch die möglichkeit geben euch da selber ein bisschen einzubringen also wenn ihr was bestimmtes sehen wollt schauen wir einfach mal was dann was wir dann so tolles machen im moment gibt es aber erst mal nur zwei mods die wir hinzufügen die eine ist so ein bisschen zum schutze eurer ohren und zwar sneaky sounds von einem let's player namens blitzy das entscheide ich an der stelle hier übrigens auch gerne noch mal empfehle auch hier auf youtube was macht die mod im grunde genommen macht sie ein paar der umgebung sondern ein paar der werkzeug sound ein bisschen leiser weil die sind einfach unerträglich laut und ich möchte euch das jetzt nicht unbedingt zumuten dass ihr dann irgendwie die ganze zeit pressluft hammergeknatter im ohr habt so die zweite mod die noch dazu kommt ist die no lightning damage mod die fügen wir deswegen hinzu es gibt im spiel ein wettersystem das dann auch hin und wieder nase juckt hin und wieder gewitter produziert und wie das beim gewitter so üblich ist kommen dann halt eben auch blitze und die sind sehr zielsuchend also die schlagen sehr gerne beim spieler in der nähe des spielers oder in dingen die der spieler gebaut hat ein es ist keine wirkliche challenge was das feature bietet sondern es nervt einfach nur wie sau deswegen wie gesagt schalten wir das aus in den spieleinstellungen würde ich noch ein paar dinge verändern einfach ja das spiel kann sehr grindy sein also wenn ich die inventargröße auf standard lasse dann muss ich sehr viel hin und herlaufen und irgendwelche dinge zusammenzuschweißen deswegen setze ich die auf anschlag zumindest was das charakter inventar angeht das block inventar nehmen wir auch mal ein bisschen mehr rein einfach damit wir die welt jetzt nicht total mit cargo containern zufeuern müssen ich würde auch noch die produktions und die ressourcenverarbeitungsanlagen hochschrauben einfach dass wir da nicht ewig darauf warten müssen dass unsere unsere dinge die dinge die wir so brauchen gebaut werden beziehungsweise es ewig dauert unsere ärzte zu verarbeiten den sound stelle ich einfach mal auf realistik es gibt arcade und realistik realistik ist manchmal ein bisschen gedämpfter gerade im weltraum finde ich persönlich schöner ist aber nur eine geschmacks geschichte und hat auf das spiel selber keinen weiteren einfluss was hier noch die weiteren option angeht schalten wir auf jeden fall mal den spectator an falls wir uns irgendwann mal irgendwelche dinge mit der mit der kamera anschauen wollen ich aktiviere in game scripts fall das möchte ich in der späteren folge auch noch mal zeigen was damit so geht kurz gefasst kann man damit auch noch mal dinge automatisieren man kann sich aus dem workshop fertige scripts runterladen die halt dann eben einige dinge ein bisschen angenehmer oder besser machen oder überhaupt erst ermöglichen was im vanilla game so erstmal gar nicht geht deswegen schalten wir das mal an so es gibt hier noch einstellungen spinnen und wölfe aktivieren die schalten wir einfach oder die lassen wir besser gesagt einfach ausgeschaltet was machen die die spawn auf auf der erde und auf dem alien planeten halt so ja also wenn ich jetzt sagt ai gesteuert würde ich vielleicht ein bisschen weit gehen aber halt eben ja so ein paar die sporen hat und bei npc viecher die dann halt eben auf ein zugerand kommen und ein angreifen ähnlich wie bei den blitzen ist das keine wahnsinnige challenge und bringt auch nicht allzu viel okay der vollständigkeit halber sei erwähnt wenn ich ein wolf töte hat er dann irgendwie motoren oder platten im inventar also was ein wolf halt ebenso natürlicherweise frisst ist schon klar so wir sind mit der einstellung an der stelle jetzt aber erstmal durch das heißt wir starten ins spiel sehen kurz den ladebalken und dann sollten wir auch gleich die auswahl bekommen wie und wo wir starten möchten da gibt es tatsächlich ein paar optionen was die so machen erkläre ich an der stelle jetzt natürlich auch direkt wir können entweder im spacejutsch starten das ist allerdings ein bisschen sinn befreit weil dann haben wir wirklich außer dem raumanzug nichts was uns nicht weiterhilft weil wir hätten keine keine blöcke mit denen wir jetzt irgendwelche dinge verarbeiten können wir könnten uns keine ressourcen sammeln und müssten dann direkt irgendwie cheaten damit wir überhaupt starten können also macht es an der stelle keinen sinn im creative mode kann man das durchaus machen dass man sagt okay ich fange erstmal einfach im raumanzug an und mache irgendwas aber wir spielen hier ja survival das nächste was wir machen könnten wir könnten das spacepot nehmen das wäre ein kleines raumschiff das einfach irgendwo im weltraum spawnt dann müssen wir halt eben asteroiden finden und unsere ressourcen daher holen würde ich an der stelle aber auch nicht machen denn ich wähle eine der anderen optionen nämlich auf einem planeten zu starten beziehungsweise einem mond hier gibt es da gleich eine ganze batterie an verschiedenen möglichkeiten wo es losgehen könnte es ist meistens so dass man in einem drop pod auf den planeten geschmissen wird und sich dann am boden der tatsachen erstmal aufrappelt eine kleine basis baut produktionen baut und so weiter bis man dann soweit ist dass man es endlich geschafft hat ein raumschiff zu bauen mit dem man diesen planeten verlassen kann eine kleine ausnahme gibt es man kann auf den mond starten ihr seht es vielleicht hier im vorschaubild dann hat das dropport eben räder und kann als rover in der gegend rumfahren was allerdings aufgrund der niedrigen gravitation des mondes gar nicht so einfach ist wie es erstmal klingt für den moment würde ich aber sagen wir starten auf dem erdähnlichen planeten ja also er heißt explizit erdähnlich und nicht erde weil wir sehen hier schon gleich die küstenlinien sind halt eben nicht die von der erde also der planet besteht eigentlich zu größten teilen aus land und der ganze rest ist ja wasser in gefrorenem zustand da kommen wir später noch mal dazu warum das so ist aber wir haben da ein paar verschiedene biome also es gibt eine wüste es gibt kleine wäldchen es gibt wiesen es gibt berge die auch schnee bedeckt sein können und die beiden pole also da haben wir so von allem ein bisschen was und auch ein ganz schöner vorteil eignet sich gerade von anfänger sehr gut zum starten weil die erde hat eine atmosphäre in der wir auch atmen können das heißt wir müssen uns erstmal nicht sofort gedanken darüber machen wo wir jetzt sauerstoff herkriegen weil helm auf und dann kriegen wir ihn in diesem sinne drücken wir einfach mal auf respawn und wir sehen schon wir fallen hier unseren kleinen job port hinunter werden hier gerade in richtung in richtung boden der tatsachen sozusagen befördert und gleich sollte dann auch der fallschirm zünden der unseren fall hoffentlich abbremst sehr schön ist passiert wir sehen hier das hier ist unser klar unser lustiger charakter ja also jeder fängt halt eben als so ein lustiger astronaut an und wir dürfen auch schon gleich den boden erreichen ich hoffe mal wir kommen auf den lande fahrwerken auf also dass wir unten diese füße nein sind wir nicht stattdessen rollen wir jetzt erstmal den berg runter und wenn wir jetzt richtig pech haben dann bleiben wir natürlich auch auf dem kopf liegen das könnte ja kaum schöner sein das fahrwerk das landing gear hier brennt schon das hat beim aufprall zu viel schaden bekommen also ihr seht schon ein nicht ganz optimaler start aber es wird schon irgendwie funktionieren denn darum geht es in diesem spiel auch sich irgendwie durch kreative engineering lösungen seiner probleme zu entledigen so dann kommen wir an der stelle mal ganz kurz zu den blöcken ich habe vorhin gesagt das hat irgendwie von wegen es irgendwie minecraft ähnlich und ihr werdet euch schon gedacht haben ja im moment mal wo ist denn hier das minecraft weil diese welt sieht irgendwie nicht sehr blockig aus und das ist richtig so das spiel arbeitet für die welt und die landschaften mit voxeln also dreidimensionalen terrain und nur das was wir bauen besteht aus blöcken wenn wir jetzt mal genauer an unser kleines gefährt schauen sehen wir hier so diese leicht grüne umrandung die uns anzeigt guck mal das ist ein block wir können jetzt hier mal das mitgelieferte werkzeug nehmen die flex und machen diesen block mal weg ihr seht auch der ist nicht sofort weg wie in einem gewissen anderen spiel sondern der geht in stufen weg hintergrund ist blöcke haben werden hier nicht einfach gesetzt sondern sie werden aus materialien zusammengebaut wenn jetzt hier mal auf der rechten seite unten schaut seht ihr beispielsweise dass in diesem atmosphären triebwerk stahlplatten drin sind construction components stahlröhren metallgitter motoren und so weiter das heißt wir brauchen um das ding zu bauen mindestens mal eine stahlplatte damit wir sozusagen eine rohversion davon setzen aber dann brauchen wir alle anderen teile um es dann fertig schweißen zu können wie das genau aussieht zeige ich versuche ich euch jetzt mal zu zeigen und zwar ihr habt gesehen wir haben hier gerade einen block weggeschweißt wenn wir jetzt mal unseren inventar schauen die taste i öffnet das standardmäßig wir haben hier diese eine eine stahlplatte drin die kam jetzt aus dem block raus und jetzt können wir sagen wir wollen jetzt einen rüstungsblock setzen dazu wählen wir den block unten in der toolbar aus und dann ist das jetzt hier ein block den können wir mit links klick in die welt setzen ihr seht jetzt wahrscheinlich dass dieser block schon fast so groß ist wie unser ganzes unser ganzes landungsgefähr das liegt daran dass das spiel zwischen großen und kleinen blöcken unterscheidet das kann man durchschalten indem man einfach die taste mehrfach drückt also wenn ich jetzt noch mal auf 4 4 klicke seht ihr ich habe jetzt hier einen kleinen block in der hand der große block hat etwa 2 meter 50 seitenlänge der kleine nur 50 cm das heißt ihr könnt natürlich mit den kleinen blöcken viel mehr details bauen und die sind besonders geeignet für halt eben so kleinere geschichten wie unser drop port oder jäger oder einen kleinen rover oder was auch immer während die großen blöcke eher dafür gedacht sind dass man daraus stationen errichtet übrigens große blöcke lassen sich wie wir hier sehen in die landschaft reinsetzen mit kleinen blöcken geht das nicht der lässt sich hier nicht platzieren gut okay wir haben jetzt auch gar keine stahlplatte moment aber selbst wenn ich eine hole ja wir nehmen einfach hier geflüssliches ding auseinander das ist schon okay selbst wenn ich jetzt hier eine stahlplatte habe wenn ich in die luft halte sagt er alles klar kann ich kann ich bauen wenn ich ihn auf den boden setzte sagt er geht nicht lasse ich nicht zu also wenn könnte ich jetzt höchstens hochsetzen er fällt runter und hier sehen wir jetzt auch schon mal das ist schon ein kleiner unterschied was die größe angeht wir machen es aber noch mal weg weil ja ich bin mit dem landespot hier gerade ehrlich gesagt sehr unglücklich und da kommen wir jetzt auch schon zu unserer ersten problematik weil ja unser drop port hat nur ein passagiersitz das heißt wir können damit erstmal so ziemlich gar nichts machen weil ein passagier sitzt wir können uns da gerne reinsetzen aber wenn ich hier auf der tastatur ein bisschen rum drücke oder mich mit der maus hin und her bewege das ding bleibt hier einfach komplett unbeeindruckt das heißt unser erstes problem ist wir müssen das teil hier irgendwie steuerbar kriegen um das hin zu bekommen sollten wir noch mal ganz kurz in diesem sitz reingehen weil er hat ein inventar wenn wir drücken sehen wir jetzt hier unser eigenes inventar das wir eben schon mal gesehen haben aber auf der rechten seite ist jetzt noch eins da und zwar ist das das inventar von diesem sitz hier sehen wir wir haben eine kleine pistole die nehmen wir mal mit das munition dafür und ein datenpad das datenpad ist ein ganz nettes gimmick das also das brauchen wir tatsächlich nur einmal danach ist es im grunde um eigentlich sowas wie verbraut es bleibt aber trotzdem da heißt wir könnten dann selber was reinschreiben wenn wir wollen aber wenn wir das mit einem rechtsklick lesen kriegen wir einen hinweis dass es irgendwo in den relativen nähe eine station gibt und dass das gewusel hier unten das sind gps koordinaten das heißt wir klicken mal auf gps marker und jetzt schauen wir mal in unser inventar noch mal rein weil ihr habt vielleicht gesehen es gibt hier mehr als für den inventar tab sondern es gibt hier noch das control panel gut nachdem wir gerade in kein terminal oder in reinschauen oder auf irgendeinem grids unterwegs sind grids ist übrigens die bezeichnung für ein schiff für eine station also für eine beliebige ansammlung von gebauten blöcken das nennt man dem spiel grids nachdem wir aber gerade nichts davon drin sind sehen wir hier nichts dasselbe gilt für production dafür müssen produzierende brücke brücke genau blöcke auf dem grid verbaut sein haben wir gerade auch nicht info gibt uns ein paar informationen über dinge die wir gebaut haben im moment haben wir noch gar nichts gebaut aber uns gehört unser respawn planet dropport und das wird hier gerade aufgelistet wir können sie noch ein paar zusatzinformationen einblenden aber dazu würde ich ja noch mal kommen wenn wir da ein bisschen später mal ran müssen dann gibt es die factions also es gibt halt im spiel verschiedene npc fraktionen die da unterwegs sind ihr seht an der großen und discovered liste von denen haben wir noch nichts gehört die haben wir noch nie gesehen wir wissen nur dass es die space pirates und die space spiders gibt die sind uns beide nicht wohlgesonnen deswegen sind die rot die anderen denen sind wir im moment erstmal herzlich egal also die stehen uns neutral gegenüber und deswegen haben wir hier auch die reputation 0 wenn wir jetzt sachen von denen kaputt machen blöcke von den zerlegen oder ihre schiffe zerballern dann sinkt diese reputation natürlich immer weiter runter bis die uns dann auch irgendwann feindlich werden genau genommen ab hier andere und andersrum können wir aber auch für die mission erledigen und dann steigt die reputation bis wir irgendwann diese marke überschreiten und dann sind sie uns freundlich gesund dann gibt es noch kommt kommt es ist im singleplayer ja nicht ganz so relevant weil halt einfach niemand da ist der mit uns schreiben will außer eventuell ein paar npcs die irgendwas mal in den text output hauen theoretisch gäbe es hier noch den gut bord das ist so eine art ja live tutorial artiges ding was die einfach erzählt was man jetzt irgendwie womit tun kann der ist bei mir offen zugegeben abgeschaltet hintergrund ist einfach nach 1800 spielstunden hat man irgendwann mal genug von dem gehört und weiß und will den auch eigentlich nicht mehr sehen so aber wir haben eine gps marker ein gps marker gehabt deswegen schauen wir mal auf den gps tab weil der ist interessant wir sehen hier einmal die position unseres respawn ports solange es das gibt wird die sich immer noch halbwegs aktualisieren wir sehen ein unknown signal dazu kommen wir gleich und wir sehen dieses noch abgeschaltete signal das wurde gerade erstellt wir können es hier mit show an hart anschalten und dann müssten wir jetzt hier irgendwo einen punkt sehen das ist das unbekannte signal der uns zeigt wo dieses wo diese station zu finden ist im moment bin ich gerade irgendwie blind oder sie ist viel zu weit weg weil ich sehe sie gerade einfach gar nicht vielleicht machen wir mal hier irgendwie eine etwas knalligere farbe das könnte uns vielleicht helfen ich sehe gerade im moment einfach nichts doch da hinten da hinten 36 kilometer ist die von uns entfernt das ist zum laufen ein bisschen viel und auch ohne irgendwie jetzt was zu haben womit wir jetzt irgendwie fahren oder fliegen können ist die für den moment ein bisschen unerreichbar weit weg also ich könnte da jetzt hinlaufen aber dann machen wir die nächsten zwei stunden nichts anderes mehr das unbekannte signal können wir uns aber mal anschauen dazu würde ich aber vorher noch mal hier an den h2 o2 generatoren beziehungsweise o2 h2 generator gehen der macht aus eis sauerstoff und wasserstoff und pumpt den entweder in flaschen die können wir uns dann auch ins inventar legen dann füllen die nämlich unseren vorrat nach wenn er sich verbraucht und außerdem ermöglicht er es uns wasserstoff und sauerstoff dann auch an dem survival kit nachzutanken das survival kit ist der block hier hinten das ist im grunde genommen eine mischung aus energie und gesundheits aufladestation und einfacher produktionsanlage da werden wir gleich noch mehr von brauchen für den moment aber jetzt erst mal ihr habt gesehen ich habe mal kurz hier das terminal eben benutzt und meine energie wurde wieder aufgeladen mein wasserstoff wurde soweit wieder aufgeladen ein bisschen habe ich jetzt verbraucht weil ich das jetpack angemacht habe und mit der springtaste in die luft geflogen bin mit dem geht es wieder runter ansonsten können wir auch noch mit q und e uns noch drehen und dafür sorgen dass das richtige motion signal entsteht also gerade am anfang ist das wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig wenn man sich so frei in alle richtungen bewegen kann aber gut so wir sehen dieses unbekannte signal was ist das eigentlich wir fliegen mal hin im jetpack das unbekannte signal wird von einer unbekannten entität zufälligerweise in der spielwelt fallen gelassen das sind im grunde genommen kleine sonden die haben ein winziges inventar da sind manchmal irgendwelche goodies drin die uns vielleicht ein bisschen helfen gerade für den anfang wo wir von allem noch nicht allzu viel haben und es gibt einen kleinen knopf auf den kann man drücken und dann gibt es so ein bisschen ja im game lotto also sprich man drückt diesen knopf es kommt hier diese abfrage try your luck to get a new special item diese special items sind dann meistens irgendwelche skins beispielsweise wie hier wir haben jetzt den badger skin für das gewehr freigeschaltet bekommen wenn wir später medical room gebaut haben können wir dann die skins unseren waffen zuweisen im moment können wir das allerdings noch nicht weil wir haben einfach nichts so dann können wir mal ins inventar schauen wir finden hier 169 space credits ein wenig interior plates und einen motor das ist schon mal ganz nett das hilft uns ein bisschen gerade interior plates dann müssen wir die erstmal nicht bauen und außerdem können wir das ding hier auch komplett gefahrlos entsorgen sprich wir zersägen es mit unsere mit unserem grinder und bekommen hier auch eine kleine menge an teilen im moment ist es noch ganz nützlich ich sag's ganz offen irgendwann kommt man an den punkt wo wo es einfach ja den aufwand nicht mehr wert ist diesen signal hinterher zu jagen es sei denn man will wirklich ganzen skins sammeln die dabei rausfallen können dazu kommt auch noch es gibt verschiedene arten von diesen signalen manche sind einfach hier so kleine so kleine sonden wie das hier andere sind ein bisschen kugelförmig dann gibt es auch welche die verarschen ein bisschen also wenn die erkennen dass ein spieler in der nähe ist dann fangen die beispielsweise an weg zu fliegen oder weg zu rollen das kann teilweise ganz witzig sein die dann hinterher zu hetzen so wir haben jetzt hier ein bisschen zeug gesammelt treffen wir das noch ist jetzt auch egal also fliegen wir zu unserem respawn port erstmal zurück und kümmern uns jetzt mal darum das ding wieder flugfähig zu kriegen weil ich würde tatsächlich gerne unsere basis da unten in der talsenke aufschlagen im moment geht das allerdings nicht wirklich gut weil wir haben nichts mit dem wir uns fortbewegen können das ding hat zwar triebwerke aber wir haben schon festgestellt wir können es nicht steuern also müssen wir jetzt irgendwie schauen wie wir dieses teil a flugfähig und b wieder umgedreht kriegen weil momentan liegt auf dem kopf so um das zu tun brauchen wir auf jeden fall erstmal ein bisschen ressourcen die wollen wir mal ganz kurz sammeln dafür nehmen wir den bohrer und dazu vielleicht schon gleich eine sache der bohrer hat ein paar ganz schöne funktionen erstens er dient als erzdetektor wenn wir in der gegend rumlaufen und zufälliger weise irgendwo ein erzvorkommen unter uns ist ich schaue mal gerade ob hier vielleicht irgendwas ist an dem ich das demonstrieren kann leider ein bisschen schwierig zu sehen es gibt einen kleinen trick und zwar fliegt man möglichst weit hoch und schaut dann ob es irgendwo ein paar auffällige verfärbungen auf dem boden gibt die darauf hindeuten dass irgendwann vorkommen sein könnte eventuell ich glaube nicht hier und wir versuchen es trotzdem mal nein hier haben wir gerade keine chance ein kurzer blick auf den h2 vorrat weil ihr seht durch die ganze frumpfliegerei nimmt er natürlich rapide ab aber solange wir die flasche im inventar haben füllt die den auf und wenn wir hier mal reinschauen der füllstand leert sich auch langsam also wir haben jetzt nur 68 prozent von der flasche drin wenn die auf null prozent ist und wir auch keinen wasserstoff mehr im jetpack haben dann stürzen wir ab hier sehen wir gerade etwas und zwar diese gräulich dunkel gräuliche verfärbung am boden könnte darauf hindeuten dass sich hier unten wir sehen sie an den signalen herz zu befinden und zwar haben wir nickel und magnesium das brauchen wir in der sekunde jetzt noch nicht aber wir nehmen das mal als gps punkt auf die einfache variante ist man öffnet wieder das war das falsche man immer öffnet das inventar liegt auf gps und sagt new from current position dann kriegt man hier sein gps punkt der heißt halt eben wieder spieler und dann wir den jetzt beispielsweise ea für erde denn i für nickel und magnesium mg ich benutze immer relativ kurze beschreibung einfach weil das den screen nicht so voll klattert wir können auch übrigens diese gps punkte auch bei bedarf wir haben es ja vorhin schon mal gesehen die station haben wir angeschaltet bringt uns gerade nichts also können wir sie auch wieder abschalten auch den könnten wir jetzt abschalten ihr seht jetzt ist er weg und wenn wir ihn jetzt wieder anschalten dann haben wir ihn hier wieder der kleine blau in der mitte so wie gesagt im moment bringt uns das noch nicht wahnsinnig viel aber es ist schon mal gut zu wissen dass es irgendwo vorkommen gibt und ihr habt jetzt mal gesehen wie das mit dem ohr detector im bohrer funktioniert es gibt auch eigene blöcke die die ausschließlich erz erkennen die kann man dann an fahrzeuge oder an raumschiffe ran bauen so dass das die dann halt eben danach scannen und die haben auch eine etwas höhere reichweite als der bohrer ganz besonders der popelige tier 0 bohrer den wir gerade haben also das absolute anfänger werkzeug der kommt nicht wahnsinnig weit in den boden rein so wir brauchen dinge was können wir jetzt also erst mal tun ganz einfach ich habe schon erwähnt unser survival kit bietet uns einfache produktionsmöglichkeiten und um die um etwas zu produzieren zu können brauchen wir ressourcen und von anfang kriegen wir die aus stein raus also halten wir den bohrer in richtung des nächstbesten bodens gesteins was auch immer und halten die linke maustaste gedrückt und ihr seht schon hier wird direkt losgerötet und das fallen kleine brocken raus die sich dann hier sammeln die können wir mit der taste f aufnehmen und hier auch schon direkt der pro tipp wenn man beim bohren die taste f gedrückt hält dann sammelt man das meiste was da abfällt schon von euch und direkt ein und muss den dingern nicht umständlich hinterher rennen der bohrer hat übrigens zwei modi in denen er funktioniert entweder wie wir es gerade machen mit gehaltenem links klick dann wurde er relativ wenig material vom boden weg und produziert uns eben entsprechend unsere erzbrocken beziehungsweise in dem fall unsere steinbrücken der zweite modus ist ein rechtsklick der gibt uns keine ressourcen nichts gar nichts aber wenn wir damit den boden treffen ihr seht schon machen wir ein viel größeres loch also den modus können wir dafür verwenden wenn wir die landschaft nach unserem belieben umgestalten wollen wir haben jetzt eine weile lang den bohrer in den boden gehalten und dadurch stein bekommen 5,79 k sind das momentan ist wenn ihr wenn ihr mit standard inventar größen spielt ist es wahrscheinlich dass da schon längst dass er der cap drin wäre und jetzt zurück laufen müsstet mehrfach um das abzuliefern den stein ziehen wir in das survival kit also einfach indem wir zu dem survival kit gehen hinten an den access port drücken f und dann sehen wir auf der linken seite unser inventar das wir schon kennen auf der rechten seite das von dem survival kit ich habe den stein jetzt hier schon reingezogen zugegeben maßen das muscle memory hilft teilweise nicht dabei wenn man versucht dinge zu erklären weil man es einfach schon irgendwie fast automatischer ja klar alles hier rein und rüber und fertig und los geht's aber gut wir haben den stein im survival kit wie ihr seht passiert im moment noch nichts so um damit etwas passiert gehen wir hier auf production und sagen wir möchten ingots also barren oder verarbeitete erze haben wir klicken hier drauf und das ding ist längst angesprungen und hat uns stein zu erz verarbeitet wir haben jetzt hier drei einheiten eisenerz 0,24 einheiten nickel und 0,4 einheiten silikon sowie ein wenig kies aus diesen dingen können wir jetzt komponenten produzieren also wenn wir allerdings sehen wir hier ist noch alles irgendwie rot warum ist das so ganz einfach wir brauchen eine gewisse menge an komponenten damit wir irgendwas bauen können wobei laut anzeige müsste es für eine stahlplatte reichen also bauen wir die mal so und ihr habt gesehen unser eisen ist jetzt weniger geworden dafür haben wir jetzt eine stahlplatte bekommen so jetzt schauen wir mal kurz ins inventar und stellen fest dass wir hier immer noch 5,69 k stein drin haben nachdem wir jetzt nicht irgendwie 20.000 mal hier auf 11 klicken wollen das immer nur einzeln machen wollen gibt es ein paar möglichkeiten über das mit hotkeys ein wenig verbessern können wenn wir die steuerungstaste gedrückt halten und dann ein links klick auf ingots machen seht ihr wir produzieren 10 halten wir die shift taste gedrückt und machen links klick produzieren wir 100 und wenn wir sogar shift und steuerung gedrückt halten produzieren wir gleich 1000 wahrscheinlich wird das jetzt nicht von wegen werden wir jetzt nicht genug stein haben damit alle 1000 durch produziert werden aber das ist nicht schlimm das kann da erstmal so drin bleiben und dann würde es automatisch weitermachen sobald wieder stein nachgefüllt wird wie jetzt passiert dann produzieren wir mal noch ein paar weitere stahlplatten die werden wir auf jeden fall brauchen wir werden wahrscheinlich auch ein paar motoren brauchen weil was wir jetzt tun wollen ist erstmal unserem kleinen länder hier ein wenig zu modifizieren dafür brauchen wir erstmal ein bisschen platz weil ein paar der blöcke stehen dem was wir da hinzufügen wollen ein wenig im weg den kommt jetzt erstmal weg wir schweißen wir hier ein bisschen noch was zusammen so im sitz ist nichts mehr drin das heißt den können wir gerade mit zerlegen weil an die stelle kommt gleich was anderes da kommt das landing gear durch das nämlich tatsächlich nur an diesem sitz befestigt ist naja nicht schlimm wir haben noch genug beziehungsweise was wir jetzt machen können wir haben jetzt dadurch dass wir das zerlegt haben ein paar teile damit wir das hier wieder zusammen schweißen können und ihr seht das ist jetzt wieder gut wichtig ist hier diese fahren diese funktional linie solange ein block über dieser linie liegt liegt funktionierte wenn wir die jetzt runter sehen oder der block schaden bekommt verringert sich die prozentzahl der fertigstellung und wenn er wenn wir das lang genug machen rutschen wir jetzt unter diese funktional linie und ihr seht der block verändert sich er ist sieht optisch nicht mehr fertig aus und er würde jetzt auch nicht mehr funktionieren deswegen müssen wir wieder zusammen bauen und damit wir sicherstellen können dass der funktion dass er so funktioniert wie wir es von ihm haben wollen so hier gibt es ein kleines wasserstoff triebwerk das nehmen wir jetzt mal raus weil wir werden auf jeden fall seine teile brauchen weil wir müssen uns jetzt ein bisschen über fahrzeuge in diesem spiel unterhalten unser drop pot kann eigentlich konnte eigentlich seinem ursprungszustand wir schon mal erst nicht gesteuert werden weil es waren und passagiersitz drin der nicht steuern kann zweitens konnte es sich nur schub in richtung der triebwerke verschaffen also sprich die triebwerke haben eigentlich nichts anderes machen können als uns zu bremsen denn im gegensatz zu vielen anderen raumschiff spielen wo man irgendwie nur ein triebwerk braucht und das ding fliegt ist es in space engineers notwendig dass ein triebwerk in jede bewegungsrichtung existiert also sprich ich brauche nicht nur triebwerke nach unten ich brauche welche nach vorne ich brauche welche nach hinten ich brauche welche nach links und ich brauche welche nach rechts und wenn ich auf dem kopf liegen will brauche ich auch noch welche nach unten gut auf der erde kann man sich das ein bisschen sparen weil die die gravitation zieht das schiff sowieso nach unten das heißt da könnte man jetzt sagen wir sparen uns die triebwerke die nach unten drücken und lassen das einfach von der schwerkraft erledigen funktioniert auch ganz prima das einzige worauf man da natürlich achten sollten ist wir sollten nicht längere zeit über kopf liegen weil sonst fallen wir runter weil dann auch nichts mehr da ist was der schwerkraft entgegen wird sowas wie wie lift oder luftwiderstand gibt es in dem spiel ich sage ganz bewusst im naturzustand nicht es gibt tatsächlich eine mod die die das hinzufügt die auch flugzeugteile hinzufügt propeller und hast du nicht gesehen dass das dann auch wirklich atmosphärisches verhalten in dem spiel vorhanden ist aber im moment wie gesagt spielen wir erstmal vanilla das heißt das muss uns jetzt erstmal nur gering für beschäftigen wir haben jetzt erstmal einen kleinen blocken gebaut warum ganz einfach wir brauchen den gleich aber wir kommen mal ganz kurz zum blöcke setzen wenn wir die taste g drücken haben wir hier ein menü das uns anzeigt welche blöcke wir überhaupt bauen können im moment ist es noch eine verhältnismäßig geringe anzahl obwohl wir hier gerade all blocks ausgewählt haben es gibt in wahrheit aber viel viel mehr weil es gibt ein progression system das heißt wir müssen erst bestimmte blöcke gebaut haben damit wir weitere blöcke die sozusagen unter dieser kategorie hängen dann am anschluss in die welt setzen können beispielsweise müssen wir ein basic assembler bauen damit wir ein interior turret bauen können also einen kleinen geschützturm oder ein diverse lichter oder 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 was ja da eben alles ein bisschen ausgegraut dargestellt ist all das können wir jetzt gerade noch nicht bauen dafür müssen wir erst den basic assembler irgendwann mal fertig in die welt gestellt haben und fertig gebaut haben wir haben aber vorhin beispielsweise das landing gear wieder repariert und damit über die funktional ein gebracht was für das spiel so viel bedeutet wie wir haben den block gebaut und deswegen sehen wir jetzt hier auch dass uns verschiedene der passagiersitz den wir schon kennen freigeschaltet wurde dass uns räder freigeschaltet wurden beziehungsweise fahrwerke wir können auch jeder einzelne setzen aber ohne fahrweg sind diese fahrwerk sind die halt so ein bisschen naja man kann es als bumper benutzen so viel kann ich an der stelle verraten aber gut aber wichtig ist wir haben hier control seats und cockpits freigeschaltet bekommen und genau das wollen wir setzen nämlich einen control seat um das zu tun können wir jetzt einfach den blog suchen also das können wir auch tatsächlich über den namen machen ich spiele das spiel übrigens auf englisch aufgrund diverser traumatischer erfahrung mit schlechten deutschen übersetzungen ist das einfach so ein geschmacks ding bei mir so und jetzt sehen wir hier wir haben hier einen control seat block wir können mit entfernen ende bild rauf runter position 1 bzw home und einfügen den blog entsprechend drehen ihr seht das hier gerade auch und auch oben rechts zeigt er uns ein bisschen die orientierung an und mit einem links klick setzen wir den blog den wir im moment nur als sozusagen blau pause sehen jetzt haben wir ihn gesetzt und ihr seht der sieht irgendwie nicht so aus wie in der vorschau weil er ist nicht fertig gebaut jetzt können wir mal schauen wir brauchen interior plates construction components einen motor und noch ein paar andere teile wir haben ja vorhin die sonde zerlegt mal gucken wie weit wir damit kommen und wir schweißen jetzt einfach mit unserem schweißgerät zu linke maustaste halten und hoch damit ja uns fehlen zehn computer uns fehlt ein display und solange wir das nicht haben kriegen wir den blog nicht fertig also gehen wir noch mal kurz hinten hin an unser survival kit und sagen wir hätten gerne zehn computer und wir hätten gerne ein display und wenn wir jetzt genug ressourcen haben werden uns die teile gebaut das hat gereicht so das ganze nehmen wir jetzt hier unser metal wir können das entweder mit der maus rüber ziehen wir können auch beispielsweise schiff gedrückt halten und links klick darauf machen dann haben wir das zeug gleich direkt drüben so und damit hätten wir unseren control seat fertig aber wir können uns jetzt reinsetzen aber immer noch nicht steuern warum ist das so dazu muss ich jetzt noch mal ein bisschen ausholen unser erstes problem ist dass sich die triebwerke nach der landung normalerweise automatisch abschalten vom geräusch her würde ich aber gerade vermuten dass sie noch an sind aber die frage ist wo sind sie denn die triebwerke naja da kommen wir jetzt schon zu dem zum control panel das control panel ermöglicht es uns alle funktionalen blöcke die in unserem grid verbaut sind einzustellen also jeder blog hat bestimmte funktionen die man hier verwenden kann beispielsweise kann man weiter bei der batterie sagen wie sie sich gerade verhalten soll ob sie auch ob sie beispielsweise in charge mode auto recharge oder discharge hat momentan ist auto am sinnvollsten auto heißt wenn die batterie strom kriegt nimmt sie ihn auf und speichert ihn wenn irgendwas im grittstrom braucht gibt sie ihn automatisch wieder her stellen wir die batterie auf discharge dann wird sie nur die ladung die sie hat abgeben und sich nicht mehr aufladen umgekehrt stellen wir sie auf recharge wird sie sich automatisch aufladen aber sie wird keine ladung abgeben warum das so ist da kommen wir dann nachher noch mal darauf zu sprechen wenn wir über das ganze thema stromverbrauch reden im moment halte ich halte ich das noch ein bisschen kurz wenn wir noch eine antenne die können wir mal abschalten weil gerade brauchen wir sie nicht und sie frisst nur strom den wir der gerade im moment noch nicht nachgeladen wird also insofern können wir ein bisschen sparen wir haben hier den vorhin erwähnten ohrdetektor als blog drin also wenn hier irgendwo ärzt in der nähe wären hätte er uns das schon angezeigt wir haben einen kleinen cargo container der kann selber nicht allzu viel so aber wir wollten ja triebwerke finden und irgendwie sind hier keine warum nicht ganz einfach es gibt hier eine ein schalter versteckte blöcke anzeigen jetzt schon mal der kleine cargo container hat hier hat hier einen punkt show block in terminal und der ist auch der ist angeschaltet und jetzt sehen wir hier sind manche blöcke dunkelgrau und wenn wir sie angucken da ist show block in terminal ausgeschaltet das heißt wenn wir die jetzt markieren und wir können sie einfach anklicken wir können sie mit gedrückter shift taste können wir mehrere selektieren oder auch mit gedrückter steuerung taste wie das unter windows form der dateiauswahl kennen und sagen show block in terminal ihr seht er wird weiß und auch jetzt wenn ich sage ich will die verstecken blöcke gar nicht sehen dann sehen wir uns jetzt unsere triebwerke und jetzt gucken wir mal weiter wir sehen außerdem dass die blöcke alle abgeschaltet sind das heißt sie funktionieren nicht egal was wir tun also können wir sagen anschalten sondern ein kleines problem und zwar wie schon erwähnt wir liegen immer noch auf dem kopf das heißt wenn ich jetzt versuche irgendwie zu fliegen die einzige möglichkeit die ich gerade habe ist nach oben fliegen ihr seht die triebwerke feuern aber sie machen nichts warum weil naja da ist so ein bisschen boden der uns unserer fortbewegung hindert also gehen wir noch mal zurück ins control panel wir schalten die triebwerke einfach noch mal aus um ein bisschen strom zu sparen weil den werden wir wie gesagt brauchen warum dreht sich das ding nicht müssen wir triebwerke bauen ich verrate euch gleich an der schule nein müssen wir nicht was wir tatsächlich tun müssen ist die triebwerke ermöglichen uns nur eine laterale bewegung das heißt nach oben unten links rechts rauf runter aber sie ermöglichen uns keine drehung meine drehung hinzubekommen brauchen wir ein gyroskop so um das zu bauen brauchen wir ein paar teile wir gucken mal wie weit wir damit kommen das eine packen wir jetzt am besten einfach mal da unten an die stelle wo wir vorhin unser unser triebwerk weg gemacht haben es fehlt uns noch drei computer dann wollen wir die mal bauen mal gespannt ob es noch reicht tatsächlich reicht es noch so und jetzt sind wir in der lage unser kleines gefährd mit durch bewegender maus zu drehen wenn wir jetzt noch mal ein bisschen die außenansicht gehen seht ihr wir können es drehen aber reicht der nein die kraft von einem gyroskop reicht nicht aus um unser gefährt um zu drehen das heißt wir müssen tatsächlich noch mal ganz kurz ein wenig stein nachholen und müssen zusehen dass wir ein zweites kriegen so ich habe jetzt einen kleinen hotkey benutzt um den stein abzuladen erkläre ich euch später dann auch gerne noch mal im detail was ich da eigentlich tue weil das ist wieder ein eigenes feature für sich ja das einfach dass ich dann gerne in gänze erklären würde und jetzt nicht nur irgendwie hier in klein teilen so wir gucken mal was brauchen wir alles und wir haben gerade versucht die teile hier raus zu holen und er hat gesagt uns fehlt noch eine große stahl röhre und noch was so das heißt erstmal irgendwo müssen wir das ding ansetzen wir fangen mal an es zuzubauen und wenn wir ganz viel glück haben reicht es vielleicht nein das reicht nicht wir brauchen noch drei computer ein das nicht also bauen wir noch mal drei computer nach das hat auch funktioniert die nehmen ins inventar und schweißen den blog fertig so jetzt können wir uns hier einsetzen und hoffentlich ja wir drehen übrigens mit der gerade mit der q taste und ein wenig mehr kraft aufwand ja 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 wir haben es hinbekommen unser drop port steht so jetzt muss ich mal ganz kurz auf die uhr schauen und stelle fest dass wir jetzt schon 40 minuten dabei sind eigentlich wollte ich versuchen eine folge immer so etwa 30 minuten zu beschränken wir sind gleich drüber das heißt an der stelle war unser tageswerk jetzt erstmal dass wir es geschafft haben unser job hat umzuschmeißen dass wir es steuern können und wie es damit weitergeht erfahrt ihr dann in der nächsten folge hier in unserem space engineer let's play bei einer zeitalter macht's gut und vielen dank fürs zuschauen bis dann tschüss